Ramon Untersander, Gratulation. Drei Punkte holt ihr hier in der Malle 2.0 und gewinnt mit 4 zu 2 gegen Lausanne. In einer Partie, die ziemlich sicher im ersten Drittel für euch entschieden wurde. Ja, wir haben sehr gut angefangen. 4 zu 0 nach dem ersten Drittel muss man schauen, dass man den Fokus nicht verliert. Wir denken, wir haben es gut gemacht, aber sicher gegen den Schluss viel zu viel Strafe genommen. Wie kannst du die Effizienz erklären im ersten Drittel heute? Ja, man versucht ja jeden Abend viel Goal zu schiessen. Letztes Mal in Lugano hatten wir auch viele Chancen, aber manchmal braucht man das nötige Glück. Und heute haben wir es sicher gehabt. Bezeichnend für mich auch in der Partie die Situation, wo du mit Minal Bon beim Goal warst. Wo du ganz klar markiert hast, bis dahin nicht weiter. Also die Zone rund um Leonardo. Der Kampf war heute auch immens in der Defensive. Ja, auf jeden Fall. Der Goal ist ein sehr wichtiger Mann vom Eis. Wir müssen ihn beschützen und das ist unser Job als Verteidiger. Aber wie auch die Stürmer müssen sicher den Goal beschützen. Und jeder muss einander eigentlich beschützen. Also es ist gleich, wer die Arbeit macht. Jetzt war Lugano, vorhin noch im Ambri. Lugano, jetzt in Lausanne. Wie fest freut man sich auf morgen das Heimspiel gegen Biel vor der eigenen Kulisse? Ja, wie gesagt, jetzt waren wir eine Zeit unterwegs. Ja, wir haben sicher sehr viel Vorfreude für morgen. Es wird sicher ein super Spiel geben. Und wir sind sicher pumped für das Heimspiel. Ja, wir sind sicher. Vielen Dank.